Und damit willkommen liebe Leute zu einem weiteren Tipp hier bei The Division 2, diesmal Dark Zone Safe House, dafür müsst ihr ja in irgendeiner Dark Zone hier ein verstecktes Safe House finden, das ganze geht natürlich durch, wie zum Beispiel jetzt hier mit Dark Zone West in diesem Fall hier mit einem nicht besetzten Gebiet, das heißt dieses komische Dolch-Symbolchen hier darf auf keinen Fall da sein, weil sonst geht das ganze nicht, das heißt es muss eine ganz normale Dark Zone sein, wie es jetzt hier ist, ohne wie gesagt diesen Rohnen, den Dolch mit dem komischen Zeichensymbol außenrum hier besetzt im Gebiet. So und dann geht ihr natürlich, wenn ihr hier drin seid zur Dark Zone West, am besten hier hin an dieser Stelle, wo ich jetzt hier das gerade zeige, ich werde das ganze natürlich jetzt nicht durch kommentieren, sondern das Prinzip ist relativ einfach, ihr müsst sehen solcher SAD, diese Dinger hier, diese 10 SAD Terminals müsst ihr 10 Stück hintereinander holen, ohne dass ihr gekillt werdet, deswegen auch der Hinweis mit diesem Dolch-Symbol, weil sonst hier die mit dem Dolch-Symbol natürlich ganz gerne diese Hardcore-Clans unterwegs sind, die natürlich hier die Dark Zone abfarmen, weil ihr werdet, wie man jetzt gerade gesehen hat, abtrünnig da davon und 10 Stück hintereinander ohne zu sterben kann in dem Fall dann tricky werden, ihr könnt es natürlich gerade drauf anlegen, aber ja, macht das am besten in dem nicht besetzten Dark Zone, wie es jetzt hier in dem Fall mit Dark Zone West ist und ja, dann läuft einfach 1 zu 1, das ist so nach, dann habt ihr hier diese 10 SAD Terminals oder Netzwerke gehackt und direkt nach dem 10. Male kommt das Rand-Symbol aus Freigeschalten, dann öffnet bei euch einfach die Map, die sind immer hier so ein bisschen random und markiert am besten irgendeinen Eingang in der Nähe von euch, logischerweise und dann lauft da einfach hin, drückt 4-Eck, dass ihr dann reingeht und so weiter, dann der Ladescreen durch ist, wie es auch hier in dem Video zu sehen ist, dann kommt die Trophy. Ja, das war es in dem Fall eigentlich relativ simpel, ich wünsche euch viel Spaß damit, haut rein, servus und ciao. Ja, das war es in dem Fall. Feindliche Patrouille entdeckt Von schwergepanzerten Feinden bewachter Ort erkannt. Ok, das war es in dem Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.